Hallo, hier euer Don Mixologist. Heute stelle ich euch das traditionelle Getränk aus Chile und Peru vor, den Pisco Sour. Wir nehmen einen Shaker. Dafür brauchen wir ein Teil Pisco. Einen Teil Zitronensaft für das säuerliche. Einen Teil Zuckersirup. Als nächstes nehme ich reines Eiweiß für die schaumige Struktur. Ich füge Eis hinzu. Und zuletzt nehmen wir Anglosura Bitters. Ich schäge ganz kräftig für 10-15 Sekunden lang, damit die Zutaten schön kalt werden. Und als nächstes sähe ich alles ab. Einen Trockenshaken. Und dazu passend ein gekühltes, klassisches Sauerglas. Und man sieht, wieso ich es so kräftig geschägt habe, damit die Krone entsteht. Und zuletzt tun wir Zimt obendrauf. Für den Geschmack, für die Aromen. Zimt obendrauf. Salud. Untertitelung des ZDF, 2020 �